Endlich bestätigt Kylie Jenner ihre zweite Schwangerschaft! Nachdem sich die Reality-TV-Bekanntheit und Travis Scott im Oktober 2019 trennen, deutet nach zwei Jahren alles auf ein Liebes-Comeback hin. Seitdem ranken sich immer wieder Baby-Gerüchte um das Paar. Im vergangenen Juni teilt die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story eine Sushi-Mahlzeit. Dabei greift sie nicht wie gewohnt zu Lachs-Marki, sondern zu einer vegetarischen Variante. Auch sonst scheinen Kylie plötzlich nur noch ältere Fotos auf ihren sozialen Plattformen zu posten. Die Fans sind sich deshalb sicher, die zwei Turteltauben werden erneut Eltern. Jetzt macht das Model die zuckersüße Neuigkeit endlich selbst offiziell. Das Paar erwartet tatsächlich sein zweites Kind. Auf Instagram veröffentlicht die 24-Jährige ein herzergreifendes Video, in dem sie die Baby-News endlich mit ihren Followern teilt. Kylie zeigt darin nicht nur ihren positiven Schwangerschaftstest, sondern teilt auch einige intime Momente aus den vergangenen Monaten mit ihrer Community. Die gebürtige Amerikanerin filmt sich beim Frauenarzt und zeigt, dass auch ihre Tochter Stormy Webster es offenbar kaum erwarten kann, ihr Geschwisterchen auf der Welt willkommen zu heißen. Die Influencerin lässt ihre Fangemeinde in dem Video auch an dem emotionalen Moment teilhaben, als ihre Mutter Kris Jenner von der freudigen Nachricht erfährt. In welchem Schwangerschaftsmonat Kylie gerade ist, verrät sie zwar nicht. Dafür präsentiert sie aber stolz ihr Babybäuchlein, das bereits deutlich zu erkennen ist. Auch die Fans und Freunde der Beauty freuen sich für das Paar. Innerhalb weniger Stunden bekommt der Clip über 58 Millionen Likes. Und in der Kommentarspalte unter dem Beitrag tummeln sich unzählige Gratulanten. Ich komme nicht drauf klar, schwärmt Kendall Jenner, die Schwester der Unternehmerin. Auch Kim Kardashian ist von der süßen Verkündung ihrer Halbschwester total ergriffen. Ich weine, notiert die 40-Jährige unter dem Beitrag und fügt zusätzlich noch ein rotes Herz-Emoji an. Der zukünftige Zweifach-Papa Travis reagiert ebenfalls auf den Post. Er kommentiert zahlreiche braune Herz-Emojis. Doch auch fernab des Keeping-up-with-the-Kardashians-Clans bekommt die 24-Jährige viele Glückwünsche. Mein Herz platzt für euch, Gratulation, jubelt das Model Gigi Hadid. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit die Brünette ihre Community weiterhin an ihrer freudigen Erwartung teilhaben lässt. Ihre erste Schwangerschaft hält sie nämlich komplett geheim und gibt die Geburt ihrer ersten Tochter nach der Entbindung in einem emotionalen Videopreis. Umso schöner, dass Kylie sich dieses Mal dazu entscheidet, ihre Follower schon jetzt in das Babyglück einzuweihen.